Ich rege mich ja immer ganz gerne mal vorübergehend über irgendwelche Retter oder Strecker auf, irgendwelche Geräte, die uns therapeutisch oder trainingsmäßig zu Hause unterstützen, gegen Schmerzen oder gegen Bewegungsarmut und so. Und vorübergehend deshalb nur, weil ich denke, ach Gott, nimmst du die Dinger besser, als wenn du gar nichts machst. Unterm Strich ist es halt viel, viel wichtiger, dass jeden Tag irgendwas gemacht wird und zwar trainiert wird. Und sei es Treppensteigen oder sei es Aufstehen und Hinlegen auf dem Boden und all sowas. Und jetzt habe ich gerade dieses Ding gesehen hier und da dachte ich, da wollte ich gerade schon wieder losmeckern so bei mir selber. Und dann dachte ich, ja, das Ding macht schon seinen Sinn. Aber ungefähr nur bei einem Promille aller derjenigen, an die ihr gerade gedacht habt. Also für alte Leute per se ist das Ding nicht wirklich geeignet, weil sie werden dadurch noch fauler. Es geht darum, bis zum letzten Lebenstag zu trainieren. Und zwar das Aufstehen und das Hinsetzen. Und nur dann ist gewährleistet, dass eure Mutter, euer Vater oder die Großeltern auch noch bis zu ihrem Lebenstag möglichst durch die eigene Wohnung marschieren können und sich in der Küche hinsetzen und im Esszimmer hinsetzen und vom Esszimmer ins Wohnzimmer, wenn ihr so viel Zimmer habt. Und das unterstützt so ein Stuhl sicher nicht, denn der entlastet wieder ganz wichtige Muskulatur auf der Vorder- und auf der Rückseite und praktisch des Gesäßes und des Rückens. Er nimmt dem Menschen praktisch wieder Aktivität ab. Dieser Stuhl kostet schlappe 1500 Euro und macht dann Sinn, wenn Menschen, sagen wir mal, unwiederbringliche Probleme haben, das Aufstehen definitiv auch nicht mehr wiederkommt. Ja, da kann man das dann wohl mal machen. Aber meine Empfehlung für euch, diese 1500 Euro, die bringt ihr zum nächsten Physiotherapeuten und sagt, pass mal auf, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche fährst du zu Oma oder Opa und bringst den wieder auf die Beine durch Turnübungen oder durch Training, sei es das Treppenhaus rauf und runter. Da haben eure Liebsten die nächsten ein, zwei Jahre deutlich mehr davon. Also Ziel dieses Videos ist es, keine teuren Geräte zu kaufen, sondern unsere, eure Liebsten wieder dazu zu bringen, in die Aktivität zu kommen. Und dazu gehört zum Beispiel aus dem Küchenstuhl oder aus dem Wohnzimmersessel, 100 Mal am Tag aufzustehen und wieder hinzusetzen. Und wenn das nicht mehr richtig klappt, dann unterlagert ihr das mit einem Kissen oder mit zwei Kissen und eine Woche später oder drei Wochen später nehmt ihr das Kissen weg und dann geht das. Aber sie müssen es 100, 200 oder 300 Mal am Tag machen. Das macht richtig Sinn und dann klappt es auch wieder mit dem Hinsetzen und Aufstehen. Ich wünsche einen charmanten Rest von heute und lasst es euch gut gehen.